Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen wieder Valheim und ich habe Darko gerade geärgert. Ja, heute geht es auf Eisberg. Ich entwürde mich kurz und dann geht es los. Wow, ich entwürde mich und du mutest dich. Ähm, mach diesen Stein nie wieder an. Ich kann ja da nichts machen. Ich weiß. Ähm, hier drin sind sechs Kälteresistenz-Dinger. In der obersten rechten Kiste, das kannst du dir gerne rausnehmen. Und wir müssen unterwegs sowieso noch Edelholz farben. Und ich glaube, hast du schon eine Bronze-Axt? Nein, ich habe gar keine Axt. Okay, dann kann nur ich das Holz warm. Ja genau, ich brauche es auch eigentlich. Ähm, ich lasse aber wieder das Zeug hier, was ich jetzt nicht benötige. Das, das, das. Äh, Gegengift kommt da oben rein. Brauchen wir erst einmal nicht. Den Hammer brauche ich auf jeden Fall. Das, und ich habe noch Innereien. Da ist die Kiste jetzt auch voll. Jo. Also wollen wir auf einen kleinen oder direkt auf den großen gehen und das Portal setzen? Wenn schon den großen. Okay. Hui. Bootstour oder keine Bootstour? Ne, alles über Land. Und Tarko, unsere Bäume sind gewachsen. Ich wollte gerade fangen. Ähm, 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 ähm. Guck mal auf die Map. Oh, nö. Ey, Gott. Ey, du kannst hier abschießen. Die Bogenschützen sind alle auf mich. Das sind genau drei Stück. Darko, Treffel? Hat selbst ein Typ, sind bei mir. Ein paar mehr Typ, sehe ich, und das ist nicht leckt. Ja, bei mir hat es auch gerade geleckt. Ein Kips ist weg. Oh, ihr lauft doch nicht gerade durch. Ne, hier sind vier Bogenschützene. Fünfe! Oh, scheiße. Zwölf Läden noch. Hm. Gut, zwei Bogenschützen weg. Einer ist stark angeschlagen. Der ist weg. Nächster Bogenschütz ist weg. Kleine Skelette sind weg. Boah, jetzt kommt hier wieder ein Bogenschütze. Ich bräuchte hier definitiv Hilfe. Ich habe hier eins, zwei, drei, vier, fünf Mann und nur noch 36 Leben. Mein Problem ist jedes Mal nicht. Okay, der Geruch ist weg. Das heißt, die Skelette müssten gleich abhauen. Wenn wir weit genug weg sind von denen. Ich bin's. Schieß mal den Draug ab, der hinter mir her ist mit der Axt. Der ist gleich tot. Gut sind alle down. Holy shit ey. Ich hab nur noch neun Würste. Naja und ich stell keine Ahnung wie viel aus dem Essen her. Und hier mit dem so ein paar mehr. Ne das hab ich ja nicht weggeschmissen das Zeug. Ich hab nur das Klettschädel und Knochen und alles weggeschmissen. Und zwar hin noch rein. Nein weil die bei mir gesteckt werden. Dann eben Nixenschwanz. Den hast du auf jeden Fall gebraucht. Ja und die Essenskisse ist voll. Die sind wichtig. Meine. Brauch welche. Hättest du vorher sagen müssen. Ich hab auch zwei bekommen von dir. Passt alles. Hey Darko. Du darfst ins Wasser gehen. Ich hatte glaube ich noch nie über 100 Leben. Ich hab 104 Leben gerade. Ja. Boah ich aktuell 87. Das reicht mir aber auch aus. Ich weiß ja nicht warum. Ja aber haben wir so viel gegeben. Ähm das machen äh das Essen halt. Ja äh normalerweise wie du eben meintest. Nur so und so viel. Und nicht diese Massen. Äh hast du Würstchen gegessen? Du kriegst fürs Würstchen 60 Leben. Für die äh Blaubeeren 15. Für die Pilze äh gelben Pilze 20. Also ich würde auf 95 kommen. So pass auf. Standard würde ich auf 95 kommen. Du hast aber von Anfang an 25 Leben. Da sind wir schon bei 110. Plus ähm dass du kannst die Bären ja zum Beispiel Essen wenn jetzt nicht direkt 15 Leben weg sind. Sondern schon bei 10 glaube. Dann hast du immer noch ein Buff von 5 ähm Lebenspunkten. Der wieder dazu kommt. Also das das rendiert sich. Das ist nicht. Mach es nicht mal so dass du die Hütten immer abbaust? Nö nicht alle. Im Übrigen das eine Dorf was wir gecleared haben. Das habe ich komplett abgerissen. Da ist ein Bären auf der Seite. Da hinten. Und ich brauche hier noch so ein Holz. Edelholz halt noch. Ja das ist Edelholz. Das brauche ich das Portal. Wie viele habe ich 16 und ich brauche 20. Also noch einen den hier. Hattest du nicht los getroffen? Ja. Aber das ist minimaler Schaden. Trotzdem ärgert mich dass sie keine Zeppling gefallen lassen. Das ist ein bisschen schade. Die Junge sind jetzt wieder fern. Hm. Alle mitnehmen. Das mache ich sowieso immer. Ey. Oh. Alter. Wenn jetzt noch so ein großes Pilz vorkommen kommen würde, dann wäre ich echt zufrieden. Geht es dann noch weiter? Ja, die endet, das glaube ich. Oh, Pizza. Ich erlärme mich eigentlich immer nur von dem gelben. Ja, ich momentan auch. Oh, hi. Und tschüss. Na ja, wie weit müssen wir noch? Ach, sind gleich da. Können wir mal eine Runde sprinten hier. Halt. Beeren. Keine Runde, schade. Hier oben sind wieder welche. Lässt er den Ehenbusch aus? Ich dachte, den nimmst du. Darum bin ich gezielt dran vorbei schon gelaufen. Ja, deswegen gucke ich halt auch immer wieder nach links und rechts. So, Darko, da ist er. Ach, das ist die schöne Stelle, wo ich von Fenrir gekillt wurde. Wer ist Fenrir? Fenrir, der Fenris Wolf. Loki, sein Kind. Achso. Ja, ich glaube, den Weg müssen wir vorher nehmen, oder? Nö, noch nicht. Das geht erst ab einer gewissen Tiefe los, wenn wir drin sind. Also, spätestens dann, wenn du es mitkriegst. Ähm. Wuffis! Scheiße, wir brauchen ganz... Ja, ein Speed Pass, ich schaue mal zu. ...ganzen Stack bräuchten wir von dem Fleisch. Aber das gibt auch wieder neue Rüstung. Wärmerüstung. Ähm, wo ist es? Auf der Acht. Jo, Wolfspelz und alles. Gab wieder was Neues. Alter, aber nur noch 29 Leben. Ähm, Darko, da oben. Was da denn? Keine Ahnung. Ich will es wissen. Ja, da hast du deinen Drache. Das ist ein Drache oder eine riesige Fledermaus. Echt jetzt? Du hast einen Vogel. Guck mal. Drache! Der mit zwei Schüsse tot ist? Ja, ja, das war doch eine... ...gefrorene Drüse. Das war doch Babydrache. Der richtige ist, glaube ich, ein Ticken größer. Äh! Ja, soll ich hier oben das Portal erst mal setzen? Äh, ist... Hier links, da kannst du es übersetzen, oder? Äh, das ist ein Dungeon. Ich setze es hier am... ...Ruhnstein. Hast du das schon gelootet? Nein, ich war hier noch nicht drinnen. Wollen wir? Daco, ich setze erst mal ganz kurz den Runstein... ... äh... ... Runstein, das Portal. So, jetzt muss ich es noch... Hä, ich hab das nicht mal beschriftet. Drei. Verbunden. Okay, damit kommen wir jetzt nach Hause. Was ist snacken? Äh, das und das. So gut so. Ähm. Ähm. Okay, geclared. Äh. Such mal den Eingang. Vielleicht gibt es ja einen, den man aufbrudeln muss. Dann brauchen wir aber bessere Picken. Und zwar Eisene. Ja, ich hätte gesagt, einfach mit der Keule. Die hat nämlich auch schon gut Damage gemacht. Dann testen wir das das nächste Mal. Ich will... Ich muss mir den ersten Mann gucken, den Berg. Obsidian! Zu stabil. Wir brauchen ein besseres Metall. Ähm. Daco, Wolf! Was? Ich bin doch auf dem Baum drum. Ja, da müssen wir erstmal im Sumpfeisen finden. Oder hier. Es kann doch sein, dass es das hier gibt. Weil, ich glaube, Obsidian ist doch immer in der Nähe von einem Vulkan. Was ist das für eine Hausstruktur? Die kenne ich überhaupt nicht. Ähm. Ähm. Daco, Hilfe! Er ist auf mich, Daco, glaube ich. Willst du den abschießen? Steinkohle. Der kriegt ja so gut wie... Ach du Scheiße! Ich bin auf 30 Schleben runter. Äh. Den kriegst du nicht so einfach down. Scheiße, der folgt mir jetzt. Ich rede gerade in Richtung Portal. Ja, da war nur Pilotzeug drin, was sie ja irgendwie nicht verbrauchen können. Hör, Wolf! Hör, Drache! Ähm. Okay, ich bin weg. Scheiße, ich habe mir das Portal nicht gelernt. Ich weiß nicht. Scheiße, ich bin gleich tot. Und... Hör! Ähm. Daco? Tausend Wölfe hinter mir! Geil! Sechs Wölfe waren hinter mir her! Ich habe hier gerade einen Babydrachen an meinem Arsch. Scheiße, der macht auch gut Damage, wenn er dich trifft. Scheiße! Scheiße! What the fuck, Alter! Äh, wir haben alle unsere ganze Trecke mitgebracht. Ich bin auch tot. Wow! Shit! Ähm. Und mein Zeug ist so eingesperrt in der Spalte, da komme ich nie im Leben wieder ran. Ich denke schon, dass wir da rankommen. Warum wolltest du nur noch mal ein Schneedion? Warum? Darum leck dich erstmal hin, weil wir haben Nacht. Boah, Alter, aber 6,11 Wunden Drache hinter mir her. Bei mir, mich hat ein Level 2er Wolf, also 2-Stärtchen-Wolf schon one-hitted. Boah, shit, Alter. Aber ganz ehrlich, scheiß drauf, Geronimo. Nicht verbunden. 3, verbunden. Er kriegt zwar jetzt Kälteschaden dort oben. Aber gut, ich höre einen Drache am Portal. Ja, ach, ich bin ja am Portal gestorben. Wow. Hä, wieso wird mir dein Grab angezeigt? Ach, ne, ich bin weiter unten. Scheiße. Durch Kälte gestorben. Durch Kälte gestorben. Ich bin wieder zu Hause. Ja, komm mal zu Hause, ja. Hast du einen Kältetrank oder was? Kann dir meine 5 geben. Ich bleib erstmal hier. Ne, ich brauch bloß einen. Ich bin gut, dann nehmen wir nur einen. Ähm, warte. Oh, warte. Hä? Was war das jetzt? Was hab ich... Hä, du hast dein Zeug wieder? Ja, ich war ja eben Mitte da. Ich bin genau am Portal gestorben. Aber kein Fähigkeitenabzug, das ist schon mal nice. Ebenso. Ich glaube, das tut man aber immer nur, wenn man durch leichte Gegner stirbt. Also verhältnismäßig leichter. Ja, gut. Wenn wir jetzt noch durch leichte Gegner sterben, ist das peinlich. Kann ja immer mal passieren. Das macht ja die Mischung. Da ist mein Kram. Nice. Anziehen. 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 Yo, jetzt muss man auch ein Schild herstellen aus Portal beschriften. Drei ist gleich Eisberg und fertig. Ähm, wo soll ich Wolfsdingsbums hinschmeißen? Warte, da muss ich selber erstmal gucken. Ich muss, glaube, die Kistenordnung nochmal komplett neu machen, weil wir jetzt so viel neues Zeug gekriegt haben. Aber ich markiere mich hier erstmal das Portal schnell. Und da muss ich noch Kälte und Resistenz haben, ich gehe nochmal hier in diese Höhle rein. Ja? Na ja, in dieses Loch. Achso. Ich hau nämlich jetzt mal mit der Picke auf die Steine. Da passiert aber nicht wirklich was. Ganz im Gegenteil. Ich hab hier... Ich brauch deine Hilfe. Hier ist ein Eistrach auf mich fixiert. Ja. Scheiße. Ich schaue mal durchs Portal hin. Nein, ich hänge in dem Loch fest. Ich komm. Komm, zeig dich nochmal. Mach ich noch. Ich hab mein Scheiß Zeug. Zeig dich, zeig dich. Ich hab mich schon zweimal gehittet. Wenn's gut ist, schaff ich den sogar gerade. Oder der ist gerade gestorben. Ne, da ist er. Ne, da ist er. Ein Hit noch. Oh, jetzt geht er. Er ist down. Nice. Okay, der Stein ist kaputt. Da ist nix. Wie viel machst du mit deinem... Mit der Picke? Zehn. Ich mach 30 bis 60. Aber das wär ja was, wenn's hier was geben würde. Hat man nur so ne Idee? Ja, ja. Ähm, ne, da ist auch nix drin. Hab ich irgendwas eingesammelt? Nö. Aber die... Uh, Folge ist schon 24 Minuten, ne? Ich geh wieder zurück. Yo, Dito. Hast du dir das Portal markiert? Auf der Map? Nein. Dann mach das noch. Wartet wir noch ein bisschen? Äh, ich bin... Ich bin schon durch. Gut, dann mach ich... Offscreen in den nächsten Tagen mal das Kistensystem. ...dass Mob-Loot wirklich nur in der mittleren Kistenebene ist. Pack erstmal alles in den Kragen hier rein, was du jetzt hast. Okay, das ist nicht viel. Ein Wolfsleder. Den Rest haben wir einsortieren können. Pack trotzdem erstmal mit rein. Ähm, Gott, dann beende ich kurz die Folge. So, da sind wir natürlich ein, zweimal gestorben auf dem Schneeberg, Eisberg, wie auch immer. Aber, neues Gebiet. Und da werden wir uns Wölfe holen. Und hey, wenn euch die Folge bis hierhin gefallen hat, lasst gern einen Daumen nach oben da. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye-bye. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye-bye.